Ne, das bringt mich grad irgendwie... Also ich hab früher Bierflaschen auch mit den Zähnen aufgemacht, das mach ich aber nicht mehr, weil ich mir mal richtig böse in der Ecke abgebrochen hab. Deshalb raten Zahnerzte davon ab. Ähm, im Zweifelsfall, ein Bier krieg's ja mit allem auf. Aber ein Korken ist... Tatsächlich mit den Zähnen, wenn man kein Korkenzieher, das Einfachste. Aber wie gesagt, der Zahn will ja nicht. Das Keks-Syndrom. Ach, nein, nicht das Keks-Syndrom. Uuuuhh... Pfff... Fuck. Ja, danke. Das braucht nicht eingeseifft zu werden. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Soll ich da jetzt... Ich möchte das nicht feststecken. Was mach ich denn dann jetzt mit der Seife? Ich dachte, dass... Achso, warte, ich hab den Korken. Ich hab den Korken. Der Korken schwimmt. Ich könnte die Nadel in den Korken stecken. Okay. Hey, sauber. Er zeigt nach Norden. Wissenschaft macht Spaß, wenn du das Geheimnis kennst. So, das heißt, ich kann jetzt auf die Insel. Und wir kommen bestimmt danach sowieso wieder. Und dann gehen wir in die Kruft. Oder? Also ich denke mal, wir holen erst den Diamanten und dann den Ring. Ich hätte drauf kommen können, ja. Ich dachte auch, dass ich weiß, was du meinst. Aber ansonsten... Natürlich. Siehst du, wie er nach Norden zeigt? Mann, das ist unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ähm. Kleinigkeit. War ganz einfach. Können wir? Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung. Los geht's. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bei dem mitfahren sollte. Der sieht ein bisschen dubios aus. Vor allem mit so einer Nussschale. Aufm Ozean. Selbst die tapfersten Männer müssen sich vor diesem Ort fürchten. Nimm deinen Mut zusammen, Junge. Jetzt bevor du auf den schrecklichen, fürchterlichen Anblick der Totenkopfinsel starrst. Es ist ein Öfenkopf. Wovon redest du? Okay, könnte auch eine Ente sein. Siehst du den Totenkopf nicht? Diese Insel sieht überhaupt nicht wie ein Totenkopf aus. Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Sie sollte Enteninsel genannt werden. Welcome to Duck Island. Wenn du deinen Kopf so drehst, sieht sie aus wie ein Häschen. Naja, egal. Siehst du das Licht da oben auf dem Felsen? Ja. Mhm. Schmugglerhöhle. Mhm. Sie wird von König André geleitet. Den größten Schmuggler der Welt. Da will ich rein. Und seine miesen Gehilfen Krav. Aber wie komme ich dort hoch? Du musst oben auf die Klippe gelangen. Mhm. Warum kommst du nicht mit? Nein, du musst alleine gehen. Dort wird jemand sein, der dir helfen wird. Aber ich warne dich. Hüte dich vor König André. Er ist so unbarmherzig, wie er kahlköpfig ist. Viel Glück. Danke. Okay, das ging schnell. Moin. Äh. Ich will ihn nicht überall mit rum. Hallo. Kannst du mir sagen, wo ich den größten Schmuggler der Totenkopfinsel finde? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte da mal etwas in der Richtung beim Orientierungsseminar. Lass mich nachdenken. Die Höhle ist auf halbem Weg diese steile Klippe hinunter. Steig auf diesen Lastenaufzug. Ich, ich, ich lass dich runter. Sieht ziemlich wackelig aus. Bist du sicher, dass er sicher ist? Nein. Hab ihn vorher noch nie benutzt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so gefährlich ist. Na gut, wenn wir sterben, kommen wir in die Gruft. Der reguläre Aufzugswärter Muckibart ist krank. Deshalb bin ich eingesprungen. Ich schätze, das ist in Ordnung. Wie ist dein Name? Er lautet Lafouz. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du, du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120. Oh, nun, probieren kann nicht schaden. Richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh, oh. Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Hm. Ja, das stimmt. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's. Oh. 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 Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Aber... Okay, das ist zu viel Seil. Ich wollte gerade noch sagen, er hält gut durch. Sterbe ich und komme in die Gruft? Aber dann muss ich mich ja selber wieder belegen. Au. 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 Oh, das sah schmerzhaft aus. Wollen wir das wirklich nochmal versuchen? Oberes... Klippe. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Oder nach einem Hasen. Wenn man seinen Kopf dreht. Also ich kann bloß da hoch. mit dem Quatschen... Kann ich... dafür sorgen, dass er nicht loslässt? Nein, nein. Bleib oben. Och. Nicht so. Oh. Ich lauf mal... Nein. Hier so ein bisschen rüber, dass ich... Ein wackeliger Aufzug. Mehr ist hier auch nicht. Ich würde gerne das Ding ein bisschen festkleben. Damit er nicht loslässt. Der Kleber nützt dir nichts. Okay. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Haben wir... Wenn ich leichter werde. Kann ich noch leichter werden? Reicht das vielleicht schon? Ja. Lass uns dieses Das Cliff hinunter zur Höhle Ding nochmal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's! Es klappt! Es klappt! Es klappt mich! Ach, verflucht. Aber ich war doch schon leichter. Hm. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch? Ähm. Mhm. Also Glitchig ist, glaube ich, eher nicht so gut. Könnte ich nicht mit dem Regenschirm so nach unten gleiten? Und wenn der so wackelig ist. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Können wir den wieder fest... Hauen? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Kann ich das hier reinfüllen? Das will ich nicht schmieren. Weil dann hätte ich in die Handlotion den Kleber reingepackt und ihm gegeben. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Also der Helium Ballon reicht nicht. Was könnten wir noch? Ich habe fünf Todkarten. Das kann nicht gut sein. Mhm. Aber du überlebst ja auch so einen Sprung von der Klippe, praktisch. Also... Sturz. Sprung ist es ja nicht. Äh... Gut. Dann nicht. Soll hier noch jemand mit anpacken? Ich will da runter. Und zwar... Lebend. Willste Tofu essen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Kann ich Tofu essen? Nein. Kann ich Tofu essen? Nein. Okay. Mh... 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 Aber ich meine jetzt, wo wir hier sind, will ich das... Mh... Immer noch das... Ich mag dieses Rezeptbuch nicht. Okay, wir müssen ihn irgendwie stärker machen. Gelber als Baby. Der blutige Stumpf. Mit Haken mixen. Aber das Ganze... Ein Messglas... Kleber? Aber das habe ich doch alles gar nicht. Also eine Kleber hätte ich. Ich hätte auch ein Messglas. Aber... Grenadine und so? Ähm... Piratenkater? Nee. Äh... Nee. Und das Keksrezept... Und das andere Buch mit dem Kompass kann es ja nicht sein. Welches... Welches Rezept soll das bitte sein? Gelbarts Baby. Gelbarts Baby. Ich weiß ja nicht mal, was dieses Kelandro ist. Ich versuche alles durchzulesen, aber... Da sind so... Es sind halt immer Zutaten dabei, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Fast rum? Ja. Schon. Aber der Rest... Und wenn, müssten wir wahrscheinlich eh wieder auf Blood Island, um da die Zutaten zu bekommen. Vermute ich jetzt einfach mal. Wodka haben wir nicht. Zitronen könnten wir vielleicht bei den Kannibalen bekommen. Penilalanin? Keine Ahnung. Mit Eis gut schütteln. Eis könnten wir aus dem Kühlschrank bekommen. Rum, ja. Natrium Pentatatol. Keine Ahnung. Wermut haben wir auch nicht. Tomatensoße haben wir nicht. Gin haben wir nicht. Whisky haben wir nicht. Wodka haben wir nicht. Grenadine haben wir nicht. Kleber haben wir. Farbstoffe haben wir auch nicht. Kilandro, keine Ahnung. Soda haben wir nicht. Und das sind zwei Rezepte zusammen. Tequila haben wir nicht. Ahornsirup haben wir nicht. Zucker haben wir auch nicht wirklich. Können wir aber vielleicht aus dem Zuckerwasser und dann sieden. Tequila trinken. Übrige Zutaten kombinieren. Ahornsirup, Zucker, Lachs, Curry. Weiß ich nicht. Matsch. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Eisenspäne. Fledermaus haben wir nicht. Eiweiß haben wir nicht. Ne Zirrhose wäre für uns eigentlich ganz praktisch, ne. Weil wir müssen ja wirklich mal sterben. Und das Keksritzzept. Glaube ich jetzt auch nicht. Aber was ist dieses Kilandro? Und ich gehe trotzdem davon aus, dass wir erst wieder nach Blood Island müssen. Welches Rezept soll das denn sein? Weil... So von meinem Kopf her macht da halt gar nichts Sinn. Und hier ist... Ja, hier ist sonst auch nichts. Und das ist schon komisch. Entschuldige. Ich will zurück nach Blood Island. Ich auch. Dieser Platz ist mir unheimlich. Na dann los. Du hast doch schon was gebraut. Vielleicht... Naja, wirklich was gebraut habe ich nicht. Ich habe bloß... Was davon gegeben. Oder habe ich... Das war ja das... Also Anhang A. Das war das einzige, was wir praktisch gemacht haben. Und das war auch mehr Zufall. Ich würde auf das hier tippen, weil Fledermäuse sind am Friedhof. Matsch, keine Ahnung. Aber den könnten wir vielleicht sogar irgendwo herbekommen. Oder meinst du, dass ich ihm Alkohol geben muss, damit er einschläft? Weil... Ich meine, das können wir gerne versuchen. unten. Ach nein, ich habe ja den Becher gar nicht mehr. Das Ding ist für... Für... Für das Rezept hier... Warte, wo war es denn? Äh... Nee, 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 nee. Hier. Spucke würden wir bekommen. Ja, ich... Ich hätte gern, dass der Barkeeper schläft, weil... Warte, ich habe... Warte, ich habe Alkohol getrunken. Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Na und? Dann kippe ich das jetzt in das Rumpfass. Was noch kein richtiges Rumpfass ist. Ich dachte, dass der Barkeeper vielleicht pennen soll. Damit... Der ganz tief schläft. Alle denken, er ist tot und machen seine Familienkruft auf. Weil der hat ja dieses Rübefrei auch gesoffen. Und gebraut. Ja, mach auf. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Seine Worte klingt gut, aber im falschen Kontext. Das höre ich öfter. Wir kriegen die nicht auf. Das will ich nicht schmieren. Schmeckt wie Hühnchen. Hat er die jetzt wirklich Probleme? Okay. Ähm... Ist das leer? Kann ich hier was einfüllen? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Ist also immer noch Seife drin. Komm, trink die Seife. Trink die Seife. Komm, vertrau mir. Aber im Endeffekt... Hat er auch gesagt, wenn ich tot bin... Dann darf ich in die Gruft. Dann darf ich in die Gruft. Also müsste ich ja das hier zu mir nehmen. Auch wenn ich keinen Kater habe. Und damit Alkohol mischen. Ich kann ja bei ihm immer noch Alkohol bestellen. Ich bestelle mal was. Vielleicht mache ich das so lange, bis ich einen Kater habe. Ich möchte einen Drink, bitte. Genau. Irgendwas, was... Irgendwas, was... Ach, diesmal habe ich gar keine Wahl mehr. Diesmal ist es einfach Grog. Ach, Papa Pichu. Hier hast du deinen Becher zurück. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher? Sicher. Kann ich das jetzt rein... Aber ich kriege es ja nicht auf. Die Flasche ist verschlossen. Die Flasche ist verschlossen. Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Kann ich die Flasche nicht einfach mit den Zähnen aufmachen? Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Aufmachen. Hm... Ja, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Die Flasche ist verschlossen. 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 Wusste ich ja. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Na dann, Ex und Top. Ach. Du, ich habe auch schon eine Aspirin mit einem Bier runtergekippt. Damals. Ist auch nichts passiert. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen.